ja leute dummerweise habe ich jetzt in dieser folge prey dann leider mal kein spiel sound und zwar liegt das daran kann ich euch kurz zeigen ich kann leider das systemklänge was das standard audio gerät darstellt kann ich halt dieses what you hear also was sie hören halt nicht einstellen sondern dann nimmt halt das standard audio gerät und entsprechend funktioniert das mit dem erix nicht was da über openl dann halt läuft und ja so haben wir in dieser folge die ja gerade fertig muckst halt leider nur meine stimme und der spiel sound fehlt halt leider kann ich jetzt leider nichts dran ändern ja ist halt nun mal leider so viel spaß auch da rein herzlich willkommen zurück zu prey wird ja zeit dass das hier auch mal weitergeht schauen wir doch mal was uns hier so erwartet wieder kuriosen sachen hier ja ich meine es ging jetzt da weiter werden dass ich aufgekommen mit dem code ja erinnere ich mich gerade ach die viecher grummeln hier so krass ich würde schon sagen irgendwie ja vielleicht zwei stück davon das kann ja alles heiter werden hier ja klasse ja komm dich habe ich wohl erledigt ich glaube da soll ich wohl nicht runter kann das sein das bringt mir nichts irgendwie an der wand laufen oder so okay das hier als trepp benutzen etwa ja ich weiß ja nicht doch sterbe ich auf jeden fall ich vergaß ja völlig können wir hier nicht wirklich sterben ne hm hm ah ok da können wir wieder sowas machen hier aber was sollen wir denn machen das ist jetzt die frage ne munition einsammeln das können wir machen ne und runterfallen wir schauen mal irgendwas muss ja hier noch gehen hm ich bin da jetzt ehrlich gesagt überfragt ich habe keine ahnung ich kann mir nur vorstellen dass ich irgendwie so da lang könnte ne da unten verrecke ich ja nur ne das bringt mir nix 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 vielleicht doch tatsächlich zurück laufen mal gucken aber eigentlich eher nicht nur diese dinger kann man nicht zerschießen oder dergleichen das ist ja rätselraten total hier sowas mag ich ja immer nicht an den spielen der geht mir auf den zirn so was ja jetzt kratz ich ab was soll ich denn machen kann auf jeden fall hier so ist gerade hier überlaufen ja schön hier ist kein schalter und nix ich bin und es geht hier irgendwie weiter ja nicht nur irgendwas muss ja hier sein oder ich verstehe es nicht ja das ist natürlich auch geil das ist mega da musst du erst mal drauf kommen ja spitzenmäßig absolut werde ich vielleicht schneiden mal gucken ach ne hier muss man ja klicken beobachten mich hier da ist seine freundin hier die wir eigentlich irgendwie mehr oder weniger auf dem weg sind zu retten und nebenbei die welt nur nebenbei die welt also nebenbei auch gemeinsam mit einigen auf dem weg sind mache ich das minütige einfach mal auf dem weg sind und ab accountant ganz垂 in der Dann noch Munitionsprobleme, ja, ist ja wieder geil hier. So was liebe ich ja immer. Oh, wenigstens konnten sie mich nicht fertig machen, ne? Das kann man so speichern, das kann man so stehen lassen. Hier darf ich nur gucken, kann ich nicht reinlaufen, okay. Oh, Leute, was ist die Musik so laut? Viel zu meckern, entschuldigt. Ist halt mal so. Gehen wir erstmal auf Munitionssammlung hier. So, das ist wieder so eine Action hier. Und jetzt passiert folgendes. Wo habe ich denn da einen gehört? Da oben. Wo im Karton? Der Kuchen redet. Die Krümelpause. So, wie geht der Fahrstuhl jetzt hoch? Nochmal drücken was. Ist ja wahrscheinlich hier hoch, ne? Ja, das macht irgendwie Sinn. Ne, komme ich etwa nicht darüber. Ach doch, komm. Das geht. Brauche Munition und so, ja. Ja, ihr seht ja sofort. Ich switche zwischen diversen Spielen hin und her. Und dann ist das hier ganz anders mit dem Aktivieren. Ich will mal F drücken. Oder E. Ach. Komm doch her, du Sack. Traust dich nicht, oder was? Ja. Ich weiß, dass du hier bist. Erst hier Granate auf mich schmeißen und dann Schwanz einziehen, oder was? Du hast das letzte Mal auf irgendwen geschossen. Das sage ich dir. Ja. So, läuft's. Jo. Jo. Denn? Was haben wir denn hier? Ach, so'n Typen da wieder. Oh, wie machen wir denn das? Ja, so'n Typen da nicht. Ach komm. Lassen wir so'n. Den hab ich dann wohl mal erledigt, moch? Akkurant. Hm, das ist klar. Junge, Junge, Junge. Hm. The hell? Okay, da geht's nicht weiter, also muss ich da ruhig. Alles klar. Voll genial, wie die Atmosphäre wechselt. Spielerei. Aber zocken ja halt, ne? Insofern. Müssen wir halt spielen. Ja. 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 Muss ich wieder irgendwo an die Decke schießen, dass ich da hochgehe irgendwo, ja? Geht das weiter mit der Rätzelei, ja? Ich liebe es. Nicht. Oder hier rüberjumpen. Ich scheine aber ganz gut zu spielen, weil sonst wär ich nicht so Max on Health und so, ne? Ja. Ja. Gibt es hier irgendetwas? Ja. 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 Eieieieieieiei. Ja. Ja. Ja, ja. 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 Übrigens auch so ein Spiel, was hier nicht ganz ohne Grund einen Frame Cap hat, bei 63 FPS im Übrigen, weil das Spiel sonst zu schnell läuft. Deal with it. Hm. Ich mach hier kurz einen Prozess auf dem Weg, ne. Keine Gnade für die Typen, die meine Freundinnen führen. Joa. Ach du Scheiße, das war keine gute Idee, aber gut, was soll's. Machen wir hier erstmal ne Pause und dann, joa, bis dann, wenn's wieder heißt Prey, ne. Hau da rein. Unabhängig. Vielen Dank.